Hallo, mein Name ist Sander Markus von der Firma Seal Performing Parts. Das Besondere ist, Radbolzen suchen, verlegen, gehört der Vergangenheit an. Beim Räderwechsel, gerade im Herbst oder im Frühjahr, von Sommer auf Winter oder Winter auf Sommer, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir die Radbolzen an der jeweiligen Felge belassen. Montage sehr, sehr einfach für jedermann nachzuvollziehen. Wir haben einen Lochkreis von 120 und 112, somit decken wir alle gängigen deutschen Fahrzeugtypen ab. Wir nehmen den Seal 3000, legen ihn an, führen von hinten den Bolzen durch und drücken die Bolzen durch. Somit sind die Bolzen fest an der Felge verankert und können eingelagert werden. Im Frühjahr kein Problem, das gleiche, Demontage ganz einfach, anziehen, fertig. Absolut geniales Produkt, patentiert, made in Germany, einfachste Handhabung. Kein Verlieren mehr, kein Neukaufen der Radbolzen. Absolut das Neueste, was es gibt. Erhältlich bei sealperformingparts.com für 29,95 Euro. In schwarz oder in ziegelrot. Schaut rein, besucht uns auf der Homepage. Wir würden uns freuen. Liebe Grüße aus München.